Erde und Mensch, Zivilcourage an Gewalt sich breitmacht. Erde und Mensch, in Andersehenheit Rassons kaputt gemacht. Erde und Mensch, damit du als Mensch auf Erden wiedergegenkommst und Liebe in die Seelen reinlachst. Musik ist die Sprache der Seele, transportiert Botschaften, bewegt etwas. Für das Projekt, gerade für das Musikprojekt, war es mir wichtig, eine Verbindung herzustellen zwischen dieser sozialen Arbeit, die ja unheimlich wichtig ist, eben gerade mit Kindern und Jugendlichen diesen Paar zu erfüllen, dass sie sich angenommen fühlen, dass sie eine innere Stärke entwickeln können und das hauptsächlich über die Musik. Glaub an dich, versuch zu verstehen, du bist nicht allein. Es gibt zumindest ein paar Menschen, die dir zur Seite stehen, also fang an, gib dir nen Ruck und du wirst sehen, auch wenn es nicht so scheint, wie die gleiche Straße gehen. Einmal, kommt auf unsere Zeit, wir haben ein Leben lang gewartet, waren von Anfang an bereit für unseren Weg ins Licht. Wir haben unser Ziel geplant und schon sehr lange gut in Sicht. Einmal, führt auf unser Weg ins Licht, für uns wird's keine Unkehr geben, denn aufgeben gibt es nicht. Einmal, denn aufgeben gibt es nicht. Aufgeben gibt es nicht. Dass wir hierher durften, dass wir die Chance bekommen haben, mal sowas zu machen. Und das zeigt, dass jeder die Chance hat, sowas auf die Beine zu stellen. Und ich hoffe, dass wir als gutes Beispiel vorangehen. Das Erd-und-Mensch-Musikprojekt wendet sich an benachteiligte, traumatisierte oder in Not geratene Kinder und Jugendliche. Es will ihnen dabei helfen, über kreative Wege Gewalterfahrungen zu verarbeiten. Dazu zählen schon heute Angebote wie gemeinsames Trommeln und Singen oder die Entwicklung eigener Songs und Texte. Künftig soll das Spektrum der Aktivitäten noch erweitert werden, um Film, Theater und Tanz. Weitere geplante Angebote des Vereins sind qualifizierte therapeutische Beratung und der Umgang mit Tieren und der Natur. Ich sehe in der Zusammenarbeit mit dem Verein Erde und Mensch einfach die Möglichkeit, dass wir die Pferde nutzen, um traumatisierten Kindern, um Jugendlichen einfach zu helfen. Naturpferd, Mensch, Erde einfach in Einklang zu bringen. Das Erde-und-Mensch-Musikprojekt hilft Kindern und Jugendlichen, ihre eigene Kreativität zu entfalten. Das stärkt ihr Selbstwertgefühl und ihre Toleranz gegenüber anderen. Das Erde-und-Mensch-Musikprojekt hat dafür die Unterstützung zahlreicher deutschsprachiger Künstler und Bands wie Silbermond, Söhne Mannheims oder Ich und Ich. Sie alle sind mit Songs auf dem Charity-Sampler Erde und Mensch vertreten. Mensch auf Erden wieder gegen kämpft und Liebe in die Seelen reinlässt. Das Erde-und-Mensch-Musikprojekt hat dafür die Unterstützung zahlreicher deutschsprachiger Künstler und Bands